Hi. Lydia, du heißer Feger. Du verspürst ja nicht gerade gute Laune, als was passiert. Nein, eigentlich nichts. Ich hätte gern nur ein paar Dinge gerade gebogen, bevor ich heirate. Du suchst doch nicht etwa nach einer Ausrede, um das Ganze abzublasen, oder? Komm, probier es mal dein geändertes Kleid, dann geht es ja schon viel besser. Ja, dann werde ich mal rüber zu Gregor gehen. Euch viel Spaß. Danke. Ach, und grüß ihn. Euch. Also, ich habe dich so geändert, wie du es haben wolltest. Mit einer Knarre. Alter. Nettes Bild, ne? Das heißt, der hat dich fast abgeknallt? Ja, hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ehrlich gesagt hätte ich das keinem zugetraut. Und wie geht's Luise? Wo ist sie überhaupt? Triffst du dich mit ihm? Los, Gregor, geh schon. Nein, sie wollte sich ausdrücklich alleine mit ihm treffen. Wenn ich da auftauche, da provoziere ich ihn. Okay. Wenn du hier so ruhig rumsitzen kannst. Der wird sowas nicht nach Mar bringen. Außerdem hat das ja auf mich abgesehen. Und nicht auf Luise. Bist du ja so sicher? Ja! Sie will sich nur mit ihm versöhnen. Damit sie ihm wieder in die Augen blicken kann. Angeblich wird sie sonst nicht glücklich mit mir. Das heißt also, ihr braucht den Segen vom Heiligen E... Entschuldigung. Eduard. Ich nicht. Luise anscheinend schon. Wir sind hier so ruhig. Und die E-Mail einzeln. Kommt auf.